hallo willkommen zurück zu assassin's creed rogue ja wir werden das da drüben sabotieren und einnehmen was für ein auflauf was haben die bloß gegen mich mein freund gott sei lang seid ihr wenig bescheuert siehst du ich weiß gar nicht ob du jetzt ein feind warst aber die vermisst keiner aber die kiste ist in der hütte also die reden wir noch mal auf die kiste konzentriert hier Portieren. Du kleiner Spottbrunze. Oh Gott! Ich bin so glücklich, dass ich dich verletzen werde. Komm schon, Lass! Wir müssen ihn wieder finden! Ich habe eine gute Linie an ihm. Geh ihm nicht die Satisfaktion, dass er weg ist! Find ihn wieder! Geh ihm nicht! Geh ihm nicht! Geh ihm nicht! Geh' ab! Geh' ab! Geh' ab! Ok, jetzt muss ich dir da oben. Geh'追' bach. das soll ja auch sonst muss man einen anderen kasper noch finden der gelegenheit nehmen wir noch munition ist ja auch macht den anderen kasper aus was ihnen umbracht oder kann es sein und tschüss die haben eine kleine pissnäcke hat sie verpisst da ist er das dachte ich schon ich bin daneben meins wie er singt und lacht und wir decken auch noch ein bisschen was auf das ist doch schön was haben wir hier james kann kreuz wie ich sehe es ja hier das haben wir eingenommen wir könnten das fragment hier noch mitnehmen und ist da jetzt was oder doch kriegskräfte ist doch mal was tschuldigung nicht ausruhen weiterlaufen hier ist das hier nicht griff sondern brief mein gott ja ich würde mal sagen wir machen die mission oder als falsche richtung wie die frau gleich geschubst hat hallo es steht derzeit nicht gut die assassinen können die vorläufer schatulle in gang setzen sie planen schon eine expedition dann müssen wir sie aufhalten hob hat hunderte männer und die oberigkeit tut rein gar nichts was wenn wir uns für sie ausgeben und ein so großes verbrechen begeben dass sie diese briganten nicht mehr ignorieren können klingt nach einem guten plan jack macht das ich muss wissen wo die assassinen stecken täusche ich mich oder will er dass wir ärger anzetteln macht euch einen spaß draus schnappt sie wir brauchen die kleide wir brauchen die klei hallo ich bin zu jung zum sterben stell du idiot sonst sind wir beide tot ach komm wo ist er jetzt ich würde mich jetzt noch verarschen das setzblatt ich will jetzt obwohl hier kann ich hoch das geht schnell erledigt erledigt nein ich hebe das niveau was ist das ziel die armee kasse wir müssen schnell sein ein regiment ist bereits unterwegs zu dem vor wo die münzen lagern toll sicher habt ihr einen plan da sind viele gefangene geht rein hisst die bandenfahne dann befreie ich sie ihr wollt verbrecherpakt befreien das für die assassinen arbeitet nun wir müssen die armee auf sie lenken oder nicht denkt dran ihr hisst die fahne ich sorge für den aufstand interessanter plan aber dann greifen wir uns unsere verbündeten an und das ist jetzt unser verbündeter und nicht mehr unser feind alles klar ja ja schauen wir mal ob unser blödsinn plan da funktioniert entschuldigung muss sein das heißt wir verlieren doch jetzt das was wir schon einmal haben oder das heißt wir müssen auch noch glauben oder was oder wie okay das heißt wir müssen noch besser was klauen schlagen mich da kann man davon knacken ist das alles okay das sind die nächsten so jetzt müssen wir aus dem vorhin kommen dann bin ich hier rein jetzt war nochmal und der gelegenheit wird auch das noch mitnehmen was was nein nein ich gebe keine augenboden und das ist ein problem allerdings habe ich nur noch minuten zeit ich glaube ich bin ich glaube ich bin ich glaube ich bin schlecht hier oder ich bin ich bin hier mal rüber und zu wasser da muss er doch jetzt praktisch bloß noch anonym werden was ist denn hier passiert die gefangenen sie wurden alle befreit es waren einfach zu viele na gut wir müssen das in ordnung bringen stimmt zeit diesen verbrechern das handwerk zu legen es klappt jack mit ein bisschen glück vernichtet die armee die briganten ich mache mir mein glück mission abgeschlossen okay ich hätte jede drohen und blätter müssen für das optimal ziel aber es ist mir egal jetzt kann ich doch noch mal rein war da war doch irgendwo baublamm ist das sehr wichtig braucht es noch den turm hier haben wir den schon nein und wo habe ich den baublamm gesehen da unten und da ist ein turm da unten also ganz ehrlich der baublamm der ist mir schon ein bisschen wichtig da könnte ja was schnuckeliges dabei sein ein baublamm für siegel wenn ein schneider siegel und da ist doch ein ein lied ein lied von xavier natur und irgendwie da drüben ist der turm da kommen wir doch hoch dann kannst länger warten da komme ich nicht hoch aber hier ja 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 und ja ist das nicht update naja wir haben zwar nicht so viel oder doch das reicht vollkommen ich dachte dass wir ein metall und das ist holz was sieht jetzt anders aus willst du mich verarschen jetzt ist auf dem tag was drauf das ist schon vorher drauf was macht er denn da bist du bescheuert jetzt langsam das was gesoffen oder was an der tawanne es kommen immer hoch oder was wie ich will bist du bitte mal stell dir noch nicht an wie der letzte assassine hier hallo wie soll ich denn sonst hochkommen wenn du da nicht hoch gehst manchmal greif halt nach oben was ist denn da das problem also die steuerung ist in den alten assassin's creed spiele schon wahnsinn das ist eine herausforderung aber ansonsten ist das spiel nicht gut ok jetzt will er mal runter oder was ok wo ist noch ein abenteuer darauf den turm ok da haben wir noch eine truhe die könnte man mitnehmen die ist die ist da drinnen nicht im dienst da ist noch eine schatzkarre und was das wohlstand dachte ich so die licht hinter ihn so gefällt mir das ok haben wir die tempel kann denn da oben ist wohlstand wenn es ihnen dazu ganz anstellt ist natürlich sehr schön haben wir das auch ganz schön abgeräumt das ist noch gespannt wo müssen wir überhaupt hin da müssen wir hin das ganze zeug hier sammeln aber das würde ein paar stunden dauern das machen natürlich nicht wie kommen wir da am leichtesten hin ich würde mal fast sagen wir machen hier eine schnellreise wir nehmen den nächsten dumm hier mit auf den weg ist das geflüstere jemals einzelner kannst dann irgendwie jemanden finden oder so habe ich die da nein 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 habe ich gesagt aus da ist auch noch update das können wir mal gucken wir wollen uns beim aufbau dieser schönen stadt helfen ja ich ach gott komm kriege ich auch mehr einnahmen hier haben wir irgendwo eine drohe die ist aber oben vermutlich da komme ich nicht hin da ist sie nicht die ist auf der anderen seite wir müssten hier hoch da ist sie da halten wir unseren dumm da ist auch irgendwo ein fragment oben wo sind das geht die kacke da wieder an okay jetzt irgendwie runde ohne dass du den hals bricht da ist da ist Oh Gott. Ich habe hier noch einen Brief mit. Ich habe gar keine Ahnung, was die Briefe überhaupt bringen. Entschuldigung. Ich habe es eilig. Ist das nicht das Ding? Das läuft nicht ab. Du kannst nicht von uns entfernen, du wunderschön. Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir mit. Und was ist das? Wohlstand. Das sollte man auch mitnehmen. Das ist das, was ich nicht? Das ist das, was ich? Das ist eine Ahnung. Das ist ein Zerrück. Das ist eine Ahnung. Du musst doch hier... Ach, das ist oben. Oh Gott. So, und ein Wohlstand zähiger. Da müssen wir auf den Baum. Dass er nicht über den Balken geht. Okay. Schauen wir mal, was hier abgeht. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie sind im Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Jetzt habe ich Blut im Auge. Also egal. Er hat keine andere Wahl. Er stirbt so oder so, ne? Auch ihr besitzt eine verborgene Klinge. Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja. Vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Da stehe. Jetzt dachte ich schon, war es EVE von eBay oder so. Das geht nicht. Mach dir Pause oder was? Ich bestätige, die Frau ist im Haus. Ich gehe rein und hole hoch. Nun dann. Zeit, sie auszureichern. Okay. Was hast du das? Frontallangriff oder was? Hier komm ich von jetzt rein, oder? Ich bin getroffen! 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 Wie können die mich durch die Mauer sehen? das ist jetzt abkauf ich habe keine pfeile mehr wo sind die leiche sind das jetzt meine leute ja ich habe da nicht übersehen was dort hier nicht rum lümmeln geld will ich nicht ich will besser gepfeile einen habe ich wieder 2 ich habe zu mir wenn die jetzt geht das war so preis mutter vergab oder was komme hier kleiner stinkstiefel so so muss man nicht so gut hin, muss man irgendwo da hin oder, nein muss man da hin oder Ja, das war doch lustig. Nun erwartet mich der Chevalier. Hopp. Bon voyage. Es wurde auch Zeit. Schade, das ist so endetisch. Was trinkt ihr jetzt da? Ihr wart ein braver Bursche. Ah, Gegengift wahrscheinlich, ne? So'n Scheiß. Was läuft jetzt ab? Oh, Mann, 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 Mann. Gift ihr Gebiet verlassen, ja, toll. Würde ich ja gerne, aber der glättet ja nicht. Leck mich am Arsch hier. Ihr habt weit mehr Ausdauer als erwartet, Chevalier. Was? Alter, wenn ich dich erwische, ne? Was ist das? Gift. Bleibt mein Herz. Ich muss weg hier. Du da, stopp! Das hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ja, aber... Du da, stopp! Das ist ein wenig zu viel Bewegung hier. Ach, hier hinten, glaube ich, raus, ne? Au! Hör auf! Ich habe ein Handicap. All was? Du blöde Kuh! Was ist das? Was ist das? Lähmt mein Herz. Ich... muss weg hier. Dann geh du. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich hab grad Zeit für euch hier. Ich muss hoch finden. Mein Gegengift! Du auf! Hi. Derlies. Deras. Der Savard ist weg. Mann! Mach dich halt weg. Ihr halt weg. Ouh! Äh! Ja? das sind wir in drecksgifter ich werde hier wisch ich verstehe die fünf mal kommen gibt ich kann doch nicht so oft furzen ja zwingte das herum wie kannten die ja ja Aber jetzt. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Und da ging sie von dann in. Wir müssen da hin. Was ist das hier? Das ist ein Fond. Okay, da kann ich Schnellreise machen. Da wäre noch eins zu erobern. Ich würde das schon jede Menge noch geben. Aber wir müssen garantiert nochmal her. In Nordamerika? Können wir Schnellreise machen? Oh, cool. Und wir sind in Nordamerika oder was? Nee. Nee, wir müssen auf unser Schiff, oder? Kann ich ja mal in die Kapitänskarriere? Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Gucken, ob wir was machen können. Geld abheben. Schon mal ganz wichtig. Können wir uns hier was teures kaufen? Geht die Geschwindigkeit und der Schaden hoch, aber die Combo gehen runter? Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht, weil... Katana? Nee, nee, nee. Das ist mal alles dabei. Ich Pistolen aufsetze. Was sind wir mit da? Ich habe doch... Habe ich das oder das? Da sind beide irgendwie angewählt. Nee, das da will ich... Schaden 5, Reichweite 5. Das wäre schon geil. Nee, da muss ich was Besseres finden. Wie schaut's hier aus? Wahrscheinlich schlecht, weil ich da... Hm. Das kann man natürlich noch mitnehmen, ist klar. Aber das war's dann. Ich muss halt blündern. Ist das hier bloß das Schiff? Ja. Warte mal, wo... Wo konnte ich mich da noch auf... Warte mal. Anders. Nee. Anfertigung. Das wollte ich nur gucken. Das... Da fehlt unser Polarfuchspelz. Toll. Okay. Also, nichts mehr Wichtiges, was wir machen können. Ich würde fast sagen, war erfolgreiche Folge. Wir haben Hupt gekillt. Dann machen wir doch in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich habe das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still. Und ich, ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit vergeht. Zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss, um die Dinge zu richten. Einst ein Assassine. Heute, ihr Verfolger, muss ich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich, ich bin ein Jäger.